Nächste Love Island Liebespleite Auch die Beziehung von Kidrin und Mike, den Love Island Dritten, ist nach dem Ende der Sendung gescheitert. Auf der Liebesinsel waren sie voll ineinander verschossen, zurück in der Realität spielte sich schnell der Alltag ein, Kidrin und Mike, die Love Island Dritten, haben sich voneinander getrennt. Vor kurzem trumpfte RTL 2 mit Love Island auf. Bei der Datingshow der etwas anderen Art fanden gleich drei Pärchen zueinander. Doch nachdem sich das Segerpoor bereits wieder getrennt hat, bekönnen jetzt auch die Drittplatzierten ihr Liebes aus. Plus Nachricht plus Mike hat sich von Kidrin getrennt.